Für die Lehre habe ich mich entschieden, weil ich gerne handwerklich arbeite. Schul sitzen und rum sitzen und mitmachen war für mich nie eine Option. Die Harmonie untereinander ist tiptop. Man kommt gerne in die Garage, man redet miteinander, man isst miteinander. Es ist ein bisschen wie eine zweite Familie. Ausbildet einen, dringt man sicherlich viel technisches und handwerkliches Fachwissen bei. Zeigt man die Sachen, zeigen man die Sachen auch gut, sind zuverlässig. Auch durch mich kann man zu Hause recht viel reparieren. Nur zum Beispiel einen Kühlschrank. Ich darf jetzt auch schon einen Kühlschrank reparieren. Wir haben die Kältemittelprüfung. So kann ich eigentlich recht viel Handwerkliches zu Hause brauchen. Es gibt viele Möglichkeiten in einer Garage, wie man sich weiterbilden kann. Ein Lernender ist hier an einem guten Ort aufgehoben. Wir bieten ein modernes Umfeld, ein angenehmes Team. Wir fordern etwas, aber wir bieten auch viel. Speziell an unserer Garage. Wir haben eine sehr lange Geschichte hier in Winterthur. Wir haben eine langjährige Erfahrung. Und eigentlich sehr, sehr viele ehemalige Lehrlinge, ehemalige Mitarbeiter, die gerne wieder zurückkommen und sich auch an diese Zeit erinnern an ihre Lehrzeit.